In der Februar-Ausgabe von Arbeitsrecht im Betrieb lesen Sie, wie Betriebsräte dafür sorgen können, dass der Urlaub wirklich zur schönsten Zeit des Jahres wird, welche Neuregelungen es Beschäftigten einfacher machen, Angehörige daheim zu pflegen und außerdem erfahren Sie, welche Konsequenzen die Nutzung von Facebook und Co. am Arbeitsplatz nach sich ziehen kann. Arbeitsrecht im Betrieb – die Zeitschrift für Betriebsräte. Testen Sie jetzt www.aib-web.de.